Jeder, der zu uns kommt, gleich welche Religion er eben auch hat, soll natürlich auch Rückzugsmöglichkeiten für sich haben, geschützten Rahmen haben, um eben auch seine Religion ausüben zu können. Es gibt ja auch Sicherheit. I come here to pray, anytime, yeah, I just come here to pray, sometimes I tell most of the women, sisters, we come here to pray. I will do it all night here, yeah, I pray. If I, maybe on Sunday I go to the Catholic, that church to pray. Yeah, I feel more safe in here than I used to be back in my country because of some problems, which is another long story, I don't want to, you know, to, but no, I don't feel any fear here, actually, when I, especially when I come together with my friends here, I feel more safe and it feels real good to have the same belief that my own brothers here, then I think, then I feel that I'm not alone and it feels so good and wild. Im Prinzipiell ist das so, dass wir offen sind allen möglichen religiösen Festen gegenüber. Also wir feiern natürlich, ja, alle unsere christlichen Feste mit allen Bewohnern und stoßen da irgendwie auf ganz viel Offenheit auch und Toleranz und auch Akzeptanz, aber wir sind auch für alle anderen Feste offen. So, personally, I wanna thank you and all my friends, we all wanna thank you, the entire system, we have a question, we got problems, everything, everything, they're always here for us and I really appreciate it. Jesus Christ, He is the Lord. Amen. 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 Amen.